So, zum Dirk Kämmerhoff vom Verzug des Hafefehlskern abgesehen werden, wenn er den entstandenen Schaden in Form von Gratis-Kölsch für alle aktuell auf der Motor-Chip Swiss-Corona befindlichen Jecken ausgleicht. So, liebe Jecken, das war die Kölsche Polizei, das war eine kleine Einlage von uns. Ich habe neben mir stehen meinen für Karneval zuständigen Schorsch Buchholz, der Präsident, der unsere Sitzung reitet. Und an ihn übergebe ich jetzt. Erstmal bravo! Also, bevor wir die Orden jetzt mal leihen, ich denke, ich habe da genug gespitzt, aber ich möchte einmal ausrufen, auf das wunderbare Düsseldauer, sag mir nicht Prinz, auf der Prinz, auf die Venezia, ein dreifaches Köln! Düsseldau! Düsseldau! Presse-Kurie! Alla! So, ich habe mal mitgebracht, ihr seid übrigens gestorze Besitzer jetzt gleich, von dem ersten Orden, der ist gerade gestern erst fertig geworden von uns, und ihr seid die ersten, die den Köln tragen dürfen. Seid stolz darauf! Kümle! Warte! Von der Eva, von der Nächsten Schulze, tschüss! Sehr gut! So, ich glaube, der Prinz hat jetzt nochmal das Wort. Herr Tischler! Andererhand, Burkhard, ich warte nicht, der so lange wartet. Also, ich war es nicht. Guck mal, Junge, das habt ihr wirklich gut gemacht. Wir haben auch so eine Garde bei uns, ob die so tolerant ist wie ihr, das weiß ich nicht genau. Aber, wenn ich mit dem Orden in Köln falsch parken kann, geht bestimmt auch, ne? Krieg ich keine Knochen. Und wir können uns ja ruhig mal outen, ne, das Venezia und ich. Wir wohnen ja im Hotel, neben dem Hotel, hier mit dem Kneipe, ne? In Düsseldorf, die heißt Eigelstein, ja? Ihr kennt ja das Lied, ne? Im Eigelstein ist Musik, das ist eine Kölschladung, das Ding ist hier rappelvoll. Da schleichen wir uns rein, da trinken wir Kölsch. Insofern war das keine große Kunst, das Ding muss zu trinken. Das ist wirklich wunderbar. Und ich darf mir nur eins sagen, das ist mir ein besonderer Herzenswunsch. Markus, du wirst ja nicht, was du mir eingetrockt hast. Ich habe E-Mails bekommen, Anrufe bekommen. Wieso bist du Vater? Wir wissen gar nicht. Für uns steht in der Zählung, der Prinz wird Vater. Ja, das war Katastrophe. Was du da ausgelöst hast? Unglaublich. Ich habe mich mehrere Nächte und noch mehr in den Haaren gekostet. Das war Wahnsinn. Also es macht uns wirklich Spaß. Mir schmeckt das auch Spaß. Und ich kann wirklich nur sagen, wir outen uns nochmal. Wir haben heute unser Coming-out sozusagen. Wir waren inkognito bei euch. Ja. Im Maritim. Ja. Bei der CDU-Sitzung. Das ist Werbung. Das war schon nett. Wir hatten eine Prinz-Kadisten-Uniform an. Wir haben uns ein bisschen erkannt. Wir sind noch anmoderiert worden. Und wir hatten Spaß. Wir sind nicht beworfen worden. Nichts, wir haben Kölsch getrunken. Wunderbar. Und wir können uns nochmal outen. Wir kommen von nochmal nach Köln. Wieder inkognito. Am 8. Februar. Wieder in der Gardisten-Uniform. Ich wüsste zwar nicht, wohin. Ich glaube, die Jürzen ist oder so. Ich weiß es nicht. Blauer Montag, Bürger, gerade blau Gorn. Ja, ja, da sind wir. Gerade-Uniform. Wenn ihr einmarschiert, wir stehen vorne, jubeln euch zu. Da freuen wir uns drauf. Und ruft mit uns auf. Auf den rheinischen Karneval. Auf Köln und Düsseldorf. Ein Dreifach. Düsseldorf. Köln. 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 Düsseldorf. Köln. So, jetzt gibt es noch ein besonderes Ding. Nee. Das andere. So, ist es. Kann direkt noch ins Auspacken, dann kriegst du die grüne Garde hier. Nee, kriegen die Orten zwar auch. Aber damit du siehst. Sattet auch so ist wie das. Komm mal her, Matthäus. Oh, der ist ja imprägniert, ne? Naja. So, dann müssen wir ein bisschen eindrehen, bitte. So. Guck mal. Wenn man da drauf guckt, was da drauf steht, ne? Das ist die Fahne, das Wappen aus Düsseldorf und aus Köln. Das ist die Verbundenheit, die wir damit ausdrücken wollen. Und es ist wirklich so, es macht Spaß. Wir feiern alle, haben alle ein Herz auf dem richtigen Fleck. Und das ist so. Komm Schätzelein, geh mal rein. Greif mal in den Beutel. Nee, der guckt ja schon, ne? Ich trau mir nicht. Komm, geh in den Beutel. Füllst du aber gut an, ne? Guck mal in den Beutel. Scharnet. Es sind die Funge. Ich hab was Kleines gefunden. Ja, Mensch. Das sprechen wir da drüber. Du hast nicht gesagt, was ich suchen soll. Wunderbar. So. Wunderbar, das ist schon passiert. Aber auch wir haben die Orden-Wurfmaschine mitgebracht, ne? Oder? Ja. So ist es. Und das Komische bei uns ist immer, ne? Ich weiß nicht, ob das bei euch so ist. Bei uns ist es so, 80% derer, die in Orden bekommen, sind alles Kerle. Heißt, ich darf nur 20% bützen, das ist für ein Prinz immer schlecht. Das Venezia braucht kein Labello, das Lippenstift. Ich lege immer Labello auf. Und ich sehe es schon, kommen alle, die jetzt nicht in Orden kriegen. Außer jeder Sonnenschein, der darf ich auch nicht richtig bützen. Ich ahne fürchterliches, aber du sollst halt gewinnen. Es ist heute dein Tag. Büxerei. Wunderbar. Und bei uns ist eins gute Sitte. Mich trockte schon rum, also wärme Sitte. Bei uns ist eins gute Sitte. Ich bin zwar etwas festgekettet. Und der Broker hat eben schon gesagt, ne? Ich darf euch vorstellen, das Schönste, was die Landeshauptstadt Düsseldorf zu bieten hat, sieht sie nicht gut aus, heute in blau, meine, eure Venezia, Janine. Das kann man doch sprechen. Hallo zusammen. Na klar kann das Venezia aus Düsseldorf sprechen. Also, uns verbindet eine ganze Menge. Ich gebe das mal gerne zu. Ich trinke tatsächlich am liebsten Kölnisch. Ich sag das ruhig. Und, wenn ich mich morgens anpinsel, höre ich tatsächlich kölnische Musik. Da bringt aber nichts drauf. Auf der CD sind noch ein bisschen mehr drauf. Und ich hab nicht so schöne Haare wie du. Aber ich glaube, ich hab die auf der Zähne. Das ist auch okay, oder? Es leist sich alles aus im Leben. Und er hat recht. Ich bin diejenige, die am meisten bützen darf. Und darüber freue ich mich. Ich würde sagen, Jungen, schmeiß die Maschine an. Wie hießt denn? In Kölle gebützt, ne? In Kölle gebützt. Ja, hau mal rein jetzt. Guck mal, Herr Vogel der Nacht. Soll ich mich noch kleiner gehen haben? Ja, 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 ja. Bitte, weil wir sind noch ein Platz echt hier. Ja, dann könnt ihr gleich. Okay. Aber wann ist denn der Arzt hier ist? So. Danke schön. Das war ein Wünscht. Danke schön. Das war ein Wünscht. Danke schön. Danke schön. Das war ein Wünscht. Darf ich noch mal ganz kurz spüren? Nein. Ich möchte Danke sagen, Herr Ipa. Und hinter euch sind übrigens noch zwei, die genauso wichtig und wie ich sehe auch noch viel schöner sind. Und genau, die haben noch die Schlüssel, also seid schön hin. Ganz herzlich Dank, die Ipa International Police Association ist ein Mitglied des Festkomm der Körner Karneval. Weiß nicht. Deswegen können wir jederzeit jeden verhaften lassen. Uns ist aber noch nie im Sinn gekommen, jemanden verhaften zu lassen. Aber super, ne? Aber hier bei den Düsseldorfer, die haben es so viele, die wir jederzeit wieder, ne? Und so weiter. Der Schlüssel ist im Rhein. Dankeschön. Mittlerweile. Wir wünschen euch noch eine schöne Session. Euch vielen ganz herzlichen Dank. Und wir rufen aus auf die Düsseldorfer ein. Freifache Düsseldorf. Genau. Düsseldorf. Genau. Pelle. Aberdorf. Ich hab gemützt. Und erst einmal. Ja, eine Einlage, die mich jetzt auch völlig überrascht hat. Super. Hervorragend. Toll. Meine Damen und Herren, Sie können das nicht sehen, aber die beiden sind immer noch aneinander gekettet. Die sind noch nicht frei von den Handschellen. Mal gucken, wie lange wir das durchhalten. Schauen wir mal. So, jetzt werden sie befreit. Wunderbar. Ja, ja. Dankeschön. Also, jetzt machen wir aber ganz normal weiter. Da müssen wir mal zu Porte kommen hier. Also, meine Damen und Herren, wir haben ja noch mal einen Donnerdapplaus für diese Einlage der International Police Association Köln. Bitteschön. Eurer Donnerdapplaus. Und lange hier in den Literaten Wärme auf dem Rolls-Röser. Tschö, was du? Ganz schön gemacht. Alles gut, ne? Ja, schön. Macht's gut. Also. Alles gut, tschö. 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 Markus. Pet. Ritter. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, viel Vergnügen. Und wir waren in einer super Session, ne? Tschö. Na, naja. Ja, naja. Da hat mir ja den Präsident weg. Prima. Tschö. Viel Spaß noch. Abgestell. Das ist eine super Bereiche, heute man hier schon gesagt. Danke, danke. Schön, dass die jungen Leute das heute mitgemacht haben. Zum Abschluss auch noch. Hat ja Spaß gemacht. Das war ja jetzt nicht irgendwie so, hm. Das, was wir letztes Mal gemacht haben, zu zweit, war auch schon gut. Aber das war besser. Das hat mir gefallen. Wir sind nämlich jetzt als Vorstand aufgetreten. Der Kapitän kam direkt auf mich zu. Was ist denn hier, was ist denn hier? Der war ein bisschen schockiert. Hast du noch den Kapitän gefragt? Ich habe gesagt, der Kapitän muss bei der Maßnahme jetzt dabei sein. Den habt ihr direkt durchgeschickt. War ganz aufgeregt. Wir waren ein bisschen frisch, Leute. So. Ja, okay. Wir fahren ja zusammen. So. 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 So.